Die neue Schul- und Lehrküche des Mecklenburgischen Förderzentrums wurde am vergangenen Mittwoch eingeweiht. Auch Ministerpräsident Erwin Sellering beglückwünschte das gelungene Projekt in der Langauer Schule. Der Dank des Förderzentrums wendete sich vor allem an die vielen Helfer und Sponsoren, welche den Bau der neuen Lehrküche im Wert von gut 27.000 Euro möglich gemacht haben. Viel Platz und eine behindertengerechte Bauweise bietet die neue Kochstube. Die Küche soll für das Wahlpflichtfach Kochen und Backen sowie für diverse Projekte genutzt werden.